Anna und Geralt haben bei Bauer sucht Frau ihr Glück gefunden. Die beiden gelten nach ihrer Hochzeit bei der RTL-Kuppelshow als das Traumpaar. Doch scheinbar ist nicht alles Gold was glänzt. Geralt 31 nervt eine Aktion seiner Anna 27. Danzig, Namibia, Bauer sucht Frau, hat bei Anna 27 und Farmer Geralt 31 für gewaltige Emotionen gesorgt. Trotz aller Widerstände haben die beiden in der RTL-Kuppelshow die Liebe ihres Lebens gefunden. Ihre Romanze endete nach einer Trauung in Polen und einer weiteren Traumhochzeit in Namibia. Zweimal haben sich Anna und Geralt das Ja-Wort gegeben, und sie waren so verliebt. Endlich kehrt bei Anna und Geralt von Bauer sucht Frau etwas Ruhe in ihr Eheleben ein. Ihre Fans lässt Anna auf ihrem Instagram-Account an ihrem Alltag teilhaben. Die 27-Jährige postet Fotos sich aus der Küche, von ihren Hunden oder beim Kuschel mit Geralt auf der Couch. Bauer sucht Frau, nun lernt Geralt seine Anna von einer ganz anderen Seite kennen. Ein aktueller Post von Bauer sucht Frau Anna verrät allerdings intime Details aus dem Eheleben der beiden. Dabei spricht Anna ein heikles Thema an. Nämlich über die großen und kleinen Macken, die jeder von uns haben soll. Ziehen etwa jetzt schon die ersten dunklen Wolken in dieser so romantischen Beziehung auf. Denn eine Art Gebrauchsanweisung, wie mit diesen Macken umzugehen sei, liefert Anna gleich mit. Denn, diese würde jeder von uns, nach Annas Worten, lernen zu lieben oder wenigstens zu akzeptieren. Und weiter schreibt Anna, wenn man darüber nachdenkt, was uns bei dem Partner aufregt, sind die Sachen oft einfach nur lächerlich. Bauer und Frau, Traumfrau Anna nennt gleich ein Beispiel. Geralt ärgert es unter anderem, dass ich mir nie Einkaufslisten mache, und setzt am Ende gleich drei Emojis. Ein Smiley mit verdrehten Augen, das mit einem Tropfen auf der Stirn Puh, nochmal Glück gehabt und ein Smiley, das vor lauter Freude Tränen in den Augen hat. Offenbar reagiert Anna auf Geralts Einkauflistenkritik eher mit Humor, als einfach nur beleidigt zu sein. Urheberrecht MGRTLD Flash bei Micky Bauer sucht Frau Traumpaar Anna und Geralt haben schon Knatsch. Allerdings, lässt es Anna damit nicht gut sein. Die frisch verheiratete Farmerin bringt auch aufs Tablett, was sie an Geralt stört. Mich nervt es hingegen, wenn mein Mann beim Nachdenken die Luft anhält und dann laut ausatmet, schreibt Anna von Bauer sucht Frau, und setzt wieder drei Emojis als Punkt. Dabei startet das Trio mit dem Affen Smiley, der sich die Augen verdeckt. Vielleicht, ist es Anna auch ein wenig peinlich, so ein intime Details von Geralt via Instagram auszuplaudern, Bauer sucht Frau, Liebesglück von Anna und Geralt in Gefahr. Kriselt es etwa bei Anna und Geralt von, Bauer sucht Frau, schon kurz nach der Hochzeit. Ungewöhnlich ist es kaum. Es ist bekannt, dass nach der Hochzeit plötzlich Fehler deutlicher auffallen als vorher. Steckt der goldene Ring erst einmal am Finger, geht es los mit dem Zoff. Natürlich will jeder eine harmonische perfekte Ehe führen, doch oft ahnen Brautleute schon von Anfang an, dass es nicht klappt, wissen Paare Experten zu berichten, Urheberrecht, MGRTLD, Flash bei Micky beim Bauer sucht Frau, Traumpaar Anna und Geralt scheint das hoffentlich anders zu sein. Nach dem aufregenden Start in ihr neues Leben, ist den beiden wohl bewusst, dass es nach der Hochzeit Krisen in einer Partnerschaft geben kann, dazu gehören auch die kleinen Schwächen oder Marotten des Partners. Die sind jedoch kein Grund eine Ehe gleich über Bord zu werfen. Die sind jedoch kein Grund eine Ehe gleich über Bord zu werfen.